Yo, was geht, was geht, Freunde? Heute versuchen wir über das gesamte Video so lange wie möglich auf einem One-Block mit meinen Freunden zu überleben. Lumi ist am Start, Hanna, Odi, Schleimi und ich und das war richtig cool. Lass auf jeden Fall ein Like da, wenn du schon mal Minecraft gespielt hast, abonnier den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Wenn du es schaffst, über das gesamte Video drei Bananen zu finden, dann schreib in die Kommentare, Brexit abonnieren! Bruder, wir haben fast keinen Platz hier, wir müssen aufpassen, ja? Oh, oh, hat jemand was gefangen? Nein, aber da ist ein... Du hast, warte, du hast Holz, nein, gib mir dein Holz, nein, verarbeite das Holz, verarbeite das Holz, yummy! Bretter, mach Bretter draus, mach doch Bretter draus hier! Nein, verfordert, gib mir, mach! Oh mein Gott, ah! Nimm, 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 nimm! Gib, gib, gib! Hallo, ich will auch was? Wir müssen erstmal eine Fläche bauen oder sowas. Okay, pass auf, warte, ich schlag wieder drauf, ja? Bist du sicher? Ich schlag drauf, ja, mir geht zur Seite, ja, mir geht ganz weit weg! Okay, 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 ich geh weg, ich geh weg, ich geh weg! Ja, okay, okay, wir haben Erde, damit können wir gleich... Dann können wir so essen und so anfassen, das brauchen wir! Ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, so! Jetzt haben wir hier Erde... Oh! Was hast du gefeiert? Ich hab Bücher, schau mal! Ja, was können wir mit Büchern machen? Lesen oder was? Wegwerfen! Jungs, ich hab Blaston! Was hast du? Ja, geil, platzier mal wegen Zombies, damit wir nicht spawnen! In die Mitte! Bro, wir sind hier auf einer Insel, was wird denn hier spawnen? Doch, hier kommen aus diesem Hacker-Block kommen auch Zombies raus! Stimmt, okay, aber das wollen wir doch trotzdem... Okay, pass auf! Yummy! Bau ab, du bist dran! Nein, schlag du, schlag du, schlag du! Schlag du, du bist dran! Bau ab, bau ab! Er darf zu reiten, Mann! Da fällt... Er führt mich runter! Oh! Warte, pass auf! Ich will das denn freuen? Ich mach uns erstmal hier... Oh, Jungs, ich hab Bienennest! Ich hab ein Bienennest! Schmeiß den runter, Junge! Ey, was ist denn das hier? Das ist eine Schildkröte! Was? Bring die mal runter, da! Hä? Hallo? Ey, geh mal weg! Warte mal! Bau ab, bau ab, bau ab! Okay, okay, bau ab! Ja, geh weg! Oh! Ah! 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 Oh! Boah! Alter, ey, ich hab... Hier, warte! Enderperlen, Enderperlen für euch! Nur zur Sicherheit! Jungs! Wer cool ist, macht mir das nach! Junge, bist du mitfeuern? Ciao! Jetzt du, Jami! Jami, komm! Wie trau ich dich? Was geht denn? Ja, hier oben, was geht denn? Ey, Junge! Ey, ich muss hier weg von euch, ne? Ich muss hier wirklich weg von euch! Jungs, ich hab Rohkopfer! Rohkopfer! Rohkopfer, Müsl und Birkenstamm! Was? Birkenstamm? Ja. Okay. Komm, wir müssen aber... Braxy, sag doch mal, bevor du abbaust! Was ist denn, was ist denn, was ist denn, Mützel? Jungs, wir müssen erst mal die Insel erweitern! Schaut euch das mal an! Ich mach jetzt hier, ich mach jetzt hier ein bisschen! Ich mach uns auch einen Zaun! Nein, nein, nein! Braxy, Braxy! Oh mein Gott, siehst du da? Oh mein Gott, nein! Was ist denn? Nichts! Wer cool ist, macht mir das nach! Spaß, Spaß, Spaß! Ich bau weit... Oh mein Gott! Ey, ich mach uns hier... Lumi, du weißt, einen Fahrstuhl! Ich, 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 ich... Oh mein Gott, was ich hab... Ich fahre jetzt den Hackerblock weiter! Ja, mach! Warte, okay, warte! Ein, zwei, eins! Spinn! Oh, oh! Ui! Oh, oh, Jungs! Nicht gut, nicht gut, nicht gut! Oh, oh! Ich... Oh! Braxy, du musst schnell hochkommen! Wir brauchen dich, Jungs! Ihr ist mein Bestes! Ah! Jungs! Ich hab nur Seepferdchen! Wow! Was hast du? Was hast du? Wow! Was ist das? Diamanten! Hier, ey, hör auf! Ich geh, boah, halt! Hallo, Jungs, da oben ist ein Geist! Schwein, 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 Schwein! Jungs! Ey, wir brauchen ein Schwert! Wir brauchen ein Schwert! Ich hab Diamanten, Jungs! Macht schon ein Crafting-Table! Warte, ich mach ein Crafting-Table! Ja! Ja, Jungs! Ihr müsst uns einbauen! Baut euch ein, baut euch ein, Jungs! Baut euch ein! Kommt! Ach, hier! Geh! Baut euch ein! Kommt rein! Kommt rein! Mach doch ein Schwert! Kommt rein! Kommt rein! Jungs, kommt doch rein hier! Ich hab uns Schwerter gemacht, zu viele, egal! Wo bist du? Ich bin vor deiner Nase! Nimm doch eins, hier! Guck mal, was ich hab, Jungs, was ihr nicht habt! Ey, du 31er! Wartet mal! Spring ins Wasser! Spring ins Wasser! Wasser, Wasser, Wasser! Wasser, Wasser, Wasser! Beeil dich! Okay! Wo ist denn der Geist? Ah! Nein, nein! Spring ins Wasser! Geh ins Wasser! Geh ins Wasser! Jetzt komm hoch! Ey, du, hör auf! Hör auf! Lumi, lass das! Wir waren schon immer Freunde! Wir waren schon immer Frieden! Oh mein Gott! Einziger Schrott! Du hast auch noch mal echt... Ich hab auch drei! Wir müssen hier mal weiterbauen! Wir müssen jetzt mal wirklich weiterbauen! Komm! Wir sollten ehrlich jetzt mal so einen Zaun oder sowas drum bauen, dass wir so das... Ey, wir müssen mal diese Tiere hier alle mal, ganz kurz! Nein, lass sie doch, Prezi! Äh, andere Frage! Yami, was machst du da unten? Hä? Oh, oh, oh! Ey! Wow,ачstelege, geist, 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 Loopy! Ich komm! Ich komm! Äh, Jungs, zu uns ist ne Schalkerbox unter unserer Insel! Oh, oh! was ist was machst du denn ich habe ich habe ihn nein das ist eine schalker box wenn wir das nicht töten nein ist unter unserer insel jese auch eine jungs sie müssen jetzt ruhe bewahren als allererstes müssen wir diesen geist besiegen und dann müssen diese schalker box und der fliegt hier irgendwo lasst doch lasst doch oh mein gott ich schlag ihm in der konnte kommt zu mir sehr schön ich hab mal brexit lassen uns so eine schöne hauswand hier bauen bis uns ein bisschen einbunkern weißt du wie ich meine so auf den monster kommt weiß dass jemand sand hat keiner fenster machen weißt du können so deines haus hier hin bauen mein gott ich habe ich habe genügend holz sogar lava okay das braucht hat jemand die am anspitzhacke wir haben antiken schrott wir können uns netherwhite machen wir können jetzt hier nicht runter fallen aber jetzt mal ganz kurz konzentriert euch mal hier auf was ist das was ich in der hand habe hier wo bist du da bist du ich würde aber kann man sich teleportieren glaube ich kann das sein was war das ja krass danke dir nein das gehört mir gehört mir oh ich habe bücher wir brauchen okay pass auf leute wir sind zu dritt hier wir sind gerade zu panisch kann einer truhen machen ja ich mache truhen einmal aufgepasst hier kommen wir bauen hier weiter auf komm wir müssen noch hier weiter bauen jungs sie müssen uns mehr strukturieren das ist wichtig wir haben hier richtig wir haben hier zu viel action gehabt durch diese monster aber wir müssen uns wieder beruhigen das ist sehr sehr wichtig schaut mal ich bin der meinung er kommt was ich habe blumen wir sollten bäume an ja was denn ich brauche was zu essen ich habe einen stein ein ofen und ich habe fucking jungs ich kann alles hier ausleuchten ja das ist das ist irgendwie nicht so gut hast du mal den hacker block weiter ab oder ich mache mir eine axt ich bin ich bin vergiftet wir haben doch wir haben wasser wir haben wasser aber wir müssen schauen ich bin der meinung wir sollten uns erst mal in ofen machen damit wir uns hier irgendwie ein bisschen was zu essen braten können kriegen wir jetzt den ofen vom hacker blog baut doch baut du ab brexit komm baut du ab du bist ja ausserwählen dann baut man hier weiter aus ich verhalte die ich oh ah 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 hilfe oh mein gott war das knapp alter ui 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 aber ich habe alle gekillt in meinem diamantenschwert wartet 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 wir müssen hier weiter aus was soll ich jetzt noch mal bauen was war meine aufgabe ach so kaputt machen aber lass doch irgendwie ein von oder irgendwas bauen ich fliege ist kaputt gegangen ihr müsst mir helfen ich fliege die fliege um bist du denn ich bin hier oben ich fliege warte 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 ein bisschen wasser ja warte jungs ich komme aber nicht mehr hier hoch es regnet wir uns in sicherheit bringt jungs kommt schon wir schaffen das ja lass uns ein kleines haus hier bauen ich baue ein dach das ist unmöglich hier machen wir gerade möglich ne ich sag ehrlich so wie kriegen wir denn das hier kaputt was meinst du denn das ist ein schalter hier über hier auf diesem ding warte mal hier ist ein villager habt ihr das schon mitbekommen da ist ein villager schaut mal was gibt er uns wir haben doch das macht das vielleicht mit dem trailer ja mir nein oh mein gott das gleich an was ich denke ich glaube sollten verbannen entschuldige dich entschuldige dich das enderman aufpassen das war ich sorry oh nein du hast warum hast ihn angeguckt ich muss ihn anzugucken hä wer schlägt sich denn gerade was ist das mich eingebaut hat jemand eine axt um mich heraus zu bauen ich bin hier eingesperrt ich habe noch ein einzigen apfel und ich habe noch hier alles gut hier ist kuchen jungs kuchen oh kuchen also ich finde uns unser haus ist jetzt nicht das schönste aber mit den sachen die wir bekommen haben haben wir das beste draus gemacht finde ich oder nicht unser haus ist todes hässlich ja es ist es können schlimmer sein schau mal wir können eine laterne hier rein machen alles ein bisschen ausleuchten jungs wer haut denn jetzt hier weiter drauf warte mal ich muss noch eine sachen sortieren hier ja nein 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 warum schlägst du den falschen hallo jungs oh mein gott oh mein gott was jungs jungs was ist alles auseinander genommen ah hilfe hier kuchen essen kuchen essen kuchen essen kuchen essen jungs essen kuchen essen ich bin vergiftet jungs brauche ich ein brauche ich ein ich habe ein halbes herz jungs jami essen jami essen 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 ess ess weiter ich habe ein halbes herz ok 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 ihr schafft das ihr schafft das ich habe ein halbes herz jungs ok pass auf wir müssen mal wirklich hier warte wir bauen mal hier weiter hier hier ich baue hier mal weiter jungs warum sind wir eigentlich so dumm und machen keine stufen wir bauen uns ja mit blöcken die ganze zeit ist egal wir haben so viel sachen ne ja du hast recht du hast recht du hast recht wir haben so viel stuff lass uns das mal alles hier weg machen wir brauchen noch mehr wir brauchen noch mehr von diesen ender portal dann können wir vielleicht ins nether portal bauen dann können wir ins nether jungs boah das wäre gut ins nether portal hast du welche ich habe schon drei von diesen dingern hier schau mal ich habe Fenster wir können unser Haus dekorieren hat jemand eine Axt ich habe eine Axt ich gehe hier erstmal weiter ich habe eine Axt hier ich habe eine Axt hier jungs ich sage euch ehrlich ne ihr seid verrückt ihr seid einfach verrückt warum sind wir jetzt verrückt warum denn wir bleib hier verrückt guck mal was wir hier haben wir haben hier was hast du denn da ich habe eine Axt ich habe eine Axt gewonnen wird... Warum habt ihr Axt stein Axt irgendwas wir haben keinen Stein das ist das Problem wir brauchen... wo ist denn unser... hier jungs mir geht's gut ich bin... ich bin hab perspectief gerettet im Wasser mir geht's gut ey es war okay ich dachte der war... erächst ja der war ich bin jetzt von diesem Schalca da hinten und komme nach oben geflogen rund 5000 igu Ey, wir sind echt die größten Dullis hier. Warum? Unser Base sieht doch gut aus, Brexie. Zu dritt ist das halt echt eine Herausforderung, sag ich ehrlich. Das ist eine sehr große Herausforderung. Wow. Yummy. So, ich mach jetzt den Block wieder. Wow. Okay, okay. Eisbären. Eisbären. Klack die Eisbären. Yummy, Attacke. Yo, Jungs, was macht ihr denn hier? Ich bin einmal weg, auf einmal ist Chaos. Entspannt euch. Oh, oh, er hat eine Rüstung. Er hat eine Rüstung. Oh, nicht mich. Weg. Wollt ihr mir eigentlich auch helfen beim Haus schöner machen, oder bin ich der Einzige, der unser Haus hier schön macht? Komm, da ist Essen, geh essen. Warte, unser Haus sieht... Warum ist unser Haus voller Tintenfisch? Farbe. Äh. 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 Ich weiß nicht. Aber guck mal, unser Haus sieht doch gar nicht so schlimm aus. Guck mal, ich hab das voll cool gemacht. Sieht alles ein bisschen verbaut aus. Oh, hilf mir, Jungs. Jungs, ich flieg nach oben, Jungs. Ich flieg nach oben. Ja, ja. Äh, 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 äh. Ich schaff das, glaube ich, selber. Ich schaff das, glaube ich, selber. Warte. Ich schaff das, glaube ich, selber. Du schaffst es. Ja, okay. Oh, mein Gott. Ah. Oh, mein Gott. Kleiner anderen. Oh, mein Gott. Knapp. Äh, äh, Jami, wo bist du? Komm, Rixi. Ich bin unser Haus. Ich hab damit nichts zu tun. Jami, hilf mir. Du musst mir ja helfen. Ich komme. Rixi, ich baue. Jami, mach auf. Oh. Komm her. War dich geschlagen? Nein. Rixi. Komm. Nein. Mach auf. Mach einer auf. Hier, komm rein. Komm rein. Du hast zugemacht. Mach auf. Ich hab alles zugemacht. Mach auf. Ich kriege immer her. Bitte mach auf. Jetzt bist du fressen. Lass mich hier drin. Hallo, ich muss auch draußen. Jungs, ihr müsst mir auch helfen. Du kannst auch einfach hochkommen. Alter, das knapp. Du, 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 du. Was ist das? Hahaha. Jungs. Ey, nein. Nein, komm hoch. Wir haben kein Wasser. Jungs. Oh nein. Jungs, bitte. Wir können nicht machen. Wir müssen dir doch helfen. Warte, warte. Schalka soll dich schlagen. Schalka soll dich schlagen. Hat er dich geschlagen? Nein. Jungs, ihr habt... Das ist mein Ende. Er soll dich schlagen. Schalka, er trifft nicht. Jungs, bitte. Das ist doch nicht getan. War das nicht. Lass doch Wasser runter wieder. Neues Wasser. Hab keins da. Ist da noch Wasser? Ich hab Lava. Schalka hat mich getroffen. Jungs, schalka hat mich getroffen. Komm, warte. Ich werf dir diesen Zauberstab runter. Nimm den Zauberstab, der runterkommt. Ja. Hang ihn auf. Ja. Hast du ihn? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ziel nach oben. Ziel nach oben. Bist du oben? Bist du oben. Bitte sag, du bist oben. Bist du oben? Du bist nicht gestorben. Wo bist du? Lumi. Wo ist Lumi? Jami, wo ist Lumi? Lumi hat es nicht mehr geschafft. Nein. Du Mee. Aua, komm mal. Oh mein Gott. Kuchen essen, Kuchen essen. Okay, okay. Ich hab ein halbes Herz. Mach Rechtsklick. Mach Rechtsklick. Was ist denn Rechtsklick daher? Okay. Okay. Dafür muss ich dich eigentlich... Hast du noch Enderperlen? Hast du noch Enderperlen? Junge, dafür muss ich dich runterschlagen. Ja. Hast du auch eine Enderperle? Ich schlag mich hier weiter drauf. Ich hab gerade das Herz nicht behilfen. Oh mein Gott. Junge! Was schlägt denn das noch drauf? Jungs, ich baue unser Haus weiter. Haus Action. Okay, ich mach auch weiter. Wir müssen aber ins End irgendwie kommen, Jungs. Unser Haus sieht so gut. Ehrlich nicht kacke aus jetzt. Also, wir können Schwimmer sein. Wir brauchen nur mehr von diesen Endsteinen. Da ist ein Endbus, Jungs. Sag doch was. Wo, wo, wo? Hier. Bei uns. Was brauchen wir jetzt? Was brauchen wir jetzt? Damit wir zum End kommen. Was brauchen wir? Ein Feuerzeug, richtig? Ja. Und was zu essen? Ich hab nämlich richtig krass Hunger. Hier ist überall Kuchen. Guck, hier ist überall ein Kuchen einfach. Hier liegt auch ein Kuchen. Einfach Kuchen. Jungs, ich kann ein Wächterspawn. Was ist das? Bist du lebensmüde? Bist du lebensmüde? Er hat den Warden gebrochen. 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 Lauf. Jungs, rennen, rennen, rennen. Jami, lauf, 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 komm raus. Ey, du eine Mache. Hey, bau dich zu. Bau dich zu. Er hat den Warden. Komm draus, Jungs. Komm draus. Ich kann den Spawn. Jungs, ich hab noch so ein Ei. Hey. Er ist auf. Was hast du gemacht? Ich weiß nicht. Nein, Jami ist geschmorten. Lumi. Ja, Brexie. Wir müssen ihn töten. Komm. Mit der Axt. Ich hab nur zwei Herzen. Ich geh runter. Ich rech mich an ihn. Ich schmeiß ihn runter. Nein. Freunde, das war's mit dem Video. Checkt auf jeden Fall die zwei Jungs ab. Unten in der Videobeschreibung. Jami und Lumex. Und ja, lasst ein Like da. Oh, ich bin da. Und ich sag dir ehrlich, wir haben nicht mehr viel Zeit, bevor die hier explodiert, Brexie. Das würde ich sagen, schlag ich als erstes drauf, okay? Okay, okay. Okay, mach Platz. Oh. Okay. Und. Let's go. Was ist das? Hast du was gekriegt? Ja, ja. Bau, bau, bau. Ich hab so Sandstein bekommen. Oh. Okay. Ich nimm auch ein paar. Komm schon, Brexie. Ja, auch ein paar? Wie viel hast du gekriegt? Ey, du hast alle aufgesammelt. Okay. Oh, komm schon, komm schon. Du hast gerade den Timer gesehen, richtig? Oh, der explodiert. Geh weg, schnell, schnell, schnell. Schnell, drauf, 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 drauf. Oh, perfekt. Du hast Diamanten bekommen. Ja. Wie cool ist das denn? Warte mal. Oh, das hab ich aus Versehen zu viel gebaut. Pass auf. Habt ihr das gerade gesehen, Freunde? Ihr seht das immer hier unten. Wenn wir nicht rechtzeitig draufschlagen, dann explodiert das Teil. Und alles ist kaputt. Das heißt, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir zur richtigen Zeit hier draufschlagen. Äh, Lumi, ich schlag wieder drauf, ja? Okay, okay. Mach Platz. Mach das. Ja. Oh, oh, oh. Weg damit. Oh mein Gott. Sorry, Lumi. Warte mal. Ich hau nochmal drauf. Okay, wenn du meinst. Ich weiß ja nicht. Oh, ne Kuh. Ne ganze Kuhfamilie. Nein, hör auf. Oh, Lumi. Oh mein, Brexy. Ich bin ausgerutscht. Du bist ausgerutscht. Du bist von da hinten hierher gelaufen und hast es kaputt gemacht. Oh. Jetzt werde ich draufhauen. Ja, ich habe da Wasser hingemacht. Damit können wir uns nämlich retten, falls irgendwas schief geht. Okay. Und, Brexy, ich habe eine richtig gute Idee. Schau mal. Pass mal auf. Zack. Und jetzt mache ich mir hier ganz viele Slaps. Oh mein Gott. Hier, guck mal. Ich habe jetzt über einen Stack für dich sogar. Und jetzt können wir hier richtig krassen Boden überall hin machen. Das ist ja mega cool. So, wartet mal. Oh, oh. Ich muss draufschlagen. Schlag drauf. Oh mein Gott. Du hast TNT bekommen. Was? TNT? Du hast doch gerade TNT gehabt. Was? Nein. Echt nicht? Freunde. Nein. Habt ihr gerade auch TNT daraus kommen sehen oder bin ich der Einzige? Schreibt es mir mal gerne unten ganz kurz in die Kommentare. Oder lasst einfach ein Like da. Dann weiß ich es ja, dass ihr es gesehen habt. So. Hä? Okay, sehr komisch. Ich baue mal hier weiter, okay? Mach das. Ich baue auch weiter. Und weißt du, was ich auch mache, Brexy? Was denn? Ich hau nochmal drauf. Oh, sei bloß vorsichtig. Sehr gut. Unser Ziel muss es natürlich sein, dass wir ein kleines Haus bauen, okay? Guck mal, ich habe auch extra eine Truhe schon gemacht, Brexy. Da können wir alle Blöcke reinmachen. Okay, perfekt. Oh, ich baue ein bisschen komisch. Ich hau nochmal drauf. Okay. Oh, was ist denn das? Ich war Äpfel. Das war echt voll idiot. Ach man, Lumi. Okay. Oh, Lumi, Lumi, schlag sie weg. Guck mal, was ich habe. Nein. Oha, ich gucke mal, Surprise Hot Potato. Was ist denn das für eine Kartoffel? Die ist explodiert. Die ist... Oh, das war knapp. Brexy. Was hast du bekommen? Schau mal, ich habe Netherwreck. Oh, damit können wir uns gleich was richtig cooles machen, wenn wir genügend haben. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Warte, ich baue mal hier weiter für die Katze. Ich baue nochmal ab. Warte, wir brauchen einen Namen für die Katze. Oh, ich frage einfach die Community, okay? Okay. Freunde, wie soll die Katze heißen? Habt ihr eine coole Idee? Dann schreibt das einfach auch mal in die Kommentare. Boah, das wird bestimmt lustig. Okay. Katze, du bist erstmal namenlos. Das ist doch ein toller Name, namenlos. Oh, namenlos. Ja, da. Namenlos. Guck, guck, der greift dich sogar an. Seit wann greifen dich Haie an? Hä? Oh, nein. Hör auf. Du hattest doch TNT. Ah, n-n. Hatte ich nicht. Oh, ich muss draufschlagen. Ah. Oh, oh, oh. Hexe, 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 Hexe. Schlag ihn runter. Schlag ihn runter. Ich bin vergiftet. Nein, 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 nein. Schlag ihn auch runter. Oh Gott, oh Gott. Ich bin auch vergiftet. Es wird schon dunkel. Wir müssen uns beeilen. Ich bin gleich tot. Nein, nein, nein. Ich will das mal alles in die Truhe rein. Nein, sterben, Braxy. Okay, ich habe ein halbes Herz. Nimm einen Apfel. Oh, das war knapp. Es ist doch schon dunkel geworden. Das heißt, jetzt können auch Mobs spawnen, ne? Wir müssen wirklich aufpassen. Wir müssen die Eisbären hier runterkriegen, Braxy. Schnell, helf mich die Eisbären. Ich habe einen Apfel. Wenn er mich angreift, bin ich tot, Lumi. Braxy, ich habe auch keins, aber ich habe ihn runtergeschobst. Haha. Und du auch gleich hinterher. Warte. Und der Nächste. Oh nein, das war richtig knapp. Du hast mich geschlagen. Oh. Oh. Hau drauf. Ich habe draufgehauen. Das war knapp, Braxy. Oh, ja, ja, ja. Ey, wir müssen die ganzen Esel mal runterschmeißen. Komm. Nein, doch nicht die Kühe. Die geben uns Essen. Oh nein, 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 nein. Oh, Lumi. Ja, aber... Geben wir uns doch Essen. Wir brauchen noch Platz, Braxy. Wir können uns mit Erde irgendwas anpflanzen. Oh nein. Oh nein, Lumi. Braxy, was ist das? Ich habe Angst davor. Was ist das? Ich kenne das nicht. Greift es uns an? Ich hoffe nicht. Nein, ich meine das ernst. Greift es uns an? Ich weiß es nicht. Oh, der kommt zu dir. Warum schlägst du ihn? Ich bin... Der ist lieb. Schau mal, der macht nichts. Oh. Oh, das ist vielleicht ein Engel. Ich mache uns hier eine kleine Farm, okay? Weil ich noch Wasser habe. Oh. Oh. Nein, nicht auf mich. Ich habe... Aber geil. Und noch mehr Katzen? Alter, sind das Katzen oder sind das Löwen? Das sind Babylöwen. Das sind doch keine Babylöwen. Das sind Babykatzen. Ich habe dich veräppelt. Dann sag doch aber sowas nicht, Brexy. Oh, hier ist noch ganz viel Erde. Weil Brexy ist... Mir ist gerade voll... Brexy ist dich gerade auch so warm. Wieso? Was willst du machen? Nein! Hör auf, du bist lebensmüde. Und nochmal. Hautblasen? Okay. Nein. Oh, du bist lebensmüde. Versteck dich. Ich bin unten. Ich bin zufällig. Mach zu, mach zu. Wir müssen alles zu machen. Brexy, das war es mit uns. Was machen wir? Warte, ich habe doch genügend Holz. Ich mach zu. Es brennt alles ab. Es brennt alles. Nein, nein, nein. Was hast du gemacht? Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Hexin. Mach das weg. Ich löscht das Feuer. Ich habe es gelöscht. Okay. Ich mache hier oben zu. Ich will es zumachen. Wo ist der Typ hin? Wir müssen alles zumachen. Komm schon. Ux, komm rein. Oh, geh weg, Papagei. Oh, das ist explodiert. Schlag drauf. Oh mein Gott. Das war knapp. Oh mein Gott. Ich habe Enderperlen. Ich habe Enderperlen. Oh mein Gott. Brax, zum Glück habe ich überall Wasser platziert. Ich bin gerade voll runtergefallen. Oh, es explodiert. Oh nein, 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 nein. Ich muss draufschlagen. Geht weg. Und komm schon. Ja, ich habe draufgeschlagen. Oh nein. Hilf mir, Lumi. Hilf mir. Ich brauche ein Schwert, Braxie. Komm, schnell, schnell, schnell. Bitte. Ich brauche kein Schwert. Was hast du denn? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, woher die kommen. Keine Sorge, Braxie. Die haben keine Chance. Okay. Äh, was hast du? Du hast Diamanten? Ja, ja. Einen Stück habe ich doch. Habe ich davon gesagt, Braxie. Einen Stück? Nein, einen. Braxie, ich mache jetzt ein neues Glas hin. Schon mal auf die Seite. Schau mal. Ein cooles Fenster. Okay, okay. Sehr schön. Warte, pass auf. Wir brauchen wirklich jetzt mal ein Schwert so langsam. Ja, ich weiß. Okay, pass auf. Hast du wirklich kein Stein? Nein, ich habe keinen Stein, Braxie. Wir brauchen einen Ofen für unser Eisen. Ich muss das mal hier alles mal ganz kurz wegmachen. So. Ich habe Netherstein. Kannst du was damit anfangen? Ja, da brauchen wir noch ein bisschen was, Braxie. So einfach geht das nicht. So, jetzt habe ich ein Holzschwert. Perfekt. Oh, Braxie, ich bin vergeben. Nein, komm rein. Hier ist ein Kuchen. Hier ist ein Kuchen. Hier ist ein Kuchen. Schnell, schnell, schnell. Oh. Oh. Halbes Herz, Braxie. Oh, das war knapp. Okay. Hey, so weit, so gut. Wir kriegen das gut hin. Ist ein bisschen chaotisch, weil hier diese Bären sind. Hast du dir auch schon ein Schwert gemacht, so wie ich? Ja, ein Holzschwert. Ey, lass uns mal hier Platz machen. Guck mal, lass die mal alle töten. So, weg mit dir. Nein, man tötet das nicht. Das macht man nicht. Vegan für Rosalinde. Vegan für Rosalinde. So, wir brauchen hier wirklich Platz. Esel, weg mit dir. Boah. So. Perfekt. Jetzt haben wir ein bisschen Platz. Siehst du, jetzt haben wir ein bisschen Ordnung hier. Stopp. Oh, das war knapp. Hast du was gekriegt? Nein. Doch, ich habe richtig Cooles bekommen. Ich habe... Okay. Oh, noch mal. Ab und. Oh, war das knapp. Guck mal, was ich hier habe. Ender Portal. Weißt du, was ich bekomme, Braxie? Was denn? Was hast du bekommen? Ganz viel davon. Von Lava? Ja, aber ich habe das jetzt weggemacht, weil ich habe nämlich jetzt leere Eimer. Die leeren Eimer brauchen wir nämlich. Okay, wofür? Weiß ich selber nicht, aber wir brauchen sie. Okay, okay, okay. Hier haben wir zwei leere Eimer. Äh, ein Schwert habe ich. Wir brauchen noch eine Truhe, weil das ist alles zu unordentlich. Ja. Machen wir noch eine Truhe, ja? Ja, ja, ja. Ich mache noch eine. Ich mache auch eine. So, ich mache mehrere Truhen gleich. Das ist mir echt viel zu unordentlich. Du hast völlig recht, Braxie. Hier drunter. So. Oh, ich mache noch mehr Truhen. So. Okay, zack. Nochmal zwei. Machen wir hier hin. Braxie, ich hoffe, dass wir Steinen bekomme. Ich bin... Oh! Ui! 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 Was hast du? Oh, zu! Schnell, 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 schnell! Warum? Was ist los? Hast du denn schon wieder gespawnt? Oh, mein Leben! Oh mein Gott! Okay, warte, ich mache Licht. Hier, drüben. Geht es dir gut? Oh, mein Braxie. Hast du was zu essen da? Ich habe echt Angst hier. Oh, Mann, oh, Mann. Wir sind die besten One-Block-Spieler, sage ich dir ehrlich. Unser Haus... Schnell abbauen, abbauen, abbauen! Oh! Oh, war das knapp. Ey, wir brauchen... Ey, wieso kriegen wir keinen Stein? Ich weiß auch nicht, wann das die Braxie... Okay, hier, guck mal. Alles gut. Oh, hier haben wir noch Fleisch. Schau, 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 schau. Guck mir zu, guck zu, guck zu. Oh, oder? Ja? Ja? Oh mein Gott! Wie cool ist das denn? Wir brauchen jetzt nur noch ganz viel Enderaugen. Enderaugen? Oder Enderperlen. Okay, wie viel haben wir denn? Ich sehe hier keine. Ich auch nicht. Auch nicht? Hier sowieso nicht. Okay. Wir haben nichts in den Truhen. Ähm... Wir haben immer noch keinen Stein. Ich baue mal ab. Hätet der? Oh! Guck mal, was er hat. Was für ein Eisenschwert. 18 Emirates. Haben wir aber nicht, ne? Wir haben vier Stück. Vier Stück haben wir, Braxie. Hier ist noch einer. Hier drin ist noch einer. Oh, wir brauchen noch mehr. Ich habe eine Eisenachs gekauft, Braxie. Perfekt. Warte mal. Wollen wir ihn jetzt töten? Das macht man noch nicht, Braxie. Okay. Hä? Warum hast du ihn getötet? Du hast doch auch draufgeschlagen, Lumi. Nein, ich habe hier draufgeschlagen. Ist er echt von dir? Nein. Flag ihn. Flag ihn. Flag die Hexe. Okay. Das war knapp. Du musst jetzt einen Apfel essen. Ist er weitergebaut? Ja, Braxie. Aber lass uns doch jetzt lieber nochmal abbauen. Okay. Wir brauchen Stein. Bauen wir ab. Okay, okay. Komm, schluck, komm, schluck. Oh. Ich bin vergiftet. Warum bist du denn vergiftet? Ich weiß nicht. Ich bin vergiftet. Nimm einen Apfel. Nimm einen Apfel hier. Sch, 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 sch. Ich habe keinen Hunger. Oh. Ich muss draufschlagen. Mach Platz. Oh, eine Spinne. Nimm das, Spinne. Nimm das. Hör auf, hör auf, hör auf. Braxie, ich mache doch nur Spaß. Du weißt. Nein. Okay, Lumi. Hey, Lumi. Ich habe jetzt ein bisschen aufgeräumt. Okay, ich habe die Truhen weiter nach hinten gelegt. Das hast du toll gemacht, Braxie. Oh, okay. Ich dachte, wir haben Enderperlen hier noch drin. So. Nein, nein, nein. Ist mal was. Wir sind hier. Wir haben jetzt viel zu wenig Platz, Lumi. Viel zu wenig Platz. Wo ist eigentlich unsere... Oh nein, ich habe unsere Werkbank aus Versehen abgebaut. Oh, Braxie. Warte. Du musst den Block im Auge behalten. Nichts, der kann ich explodiert wieder, Braxie. Ich habe alles im Auge. Kein Problem für mich. So. Jetzt habe ich hier Dings. Jetzt machen wir auf jeden Fall noch eine Axt. Brauchst du eine Axt? Ähm, ich habe eine Eisenachs irgendwo in einer Kiste gehabt eigentlich, Braxie. Also, wenn ich mich rechts ansinne, ist in irgendeiner Kiste da eine Eisenachs von mir. Oh. Wie. Okay, perfekt. Ich baue mal hier weiter, ja, Lumi? Ja. Warte, hier drüben. Ich mache mal hier eine Tür. Braxie, was klingt hier so komisch? Huh? Was war das? Was hast du gemacht? Das war diese komische Kartoffel, die ist explodiert. Eine Kartoffel? Ich bin fast gestorben. Oh mein Gott. Bleib vorsichtig. So. Ich mache hier noch so ein kleines Haus für uns, ja? Damit wir abhauen können. Braxie, ich brauche was zu essen. Ich habe acht Äpfel. Brauchst du? Warte, ich habe einen. Bumi, schau mal. Ich mache hier so cool weiter. Das ist so toll, Braxie. Warte, ich mache das zu. Weil jetzt können wir hier einfach abhauen. Siehst du das? Oh, ist das Lava? Nein, ich kann da auch drauflaufen, Braxie. Was machst du? Guck. Hä? Ich kann da nicht drauflaufen. Was hast du gemacht? Ich kann da aber auch drauflaufen. Ja, du smickst. Oh. Vorsichtig. Braxie, hast du eigentlich schnelle Reflexe? Nein. Nein. Wenn ich dich jetzt, wenn ich dich jetzt, also, ich, also, ich, ich, nee, ich wollte nur, also, ne? Lass mich in Ruhe. So. Oh, nein. Oh, schnell, schnell, schnell. Okay. Oh mein Gott. Oh, war das knapp. Oh. Was fällt dir? Oh, Stein jetzt. Stein, Stein, Stein. Nein. Mann, Freunde. Ihr merkt schon gerade, wir haben sehr viele Probleme damit, Stein zu finden. Hoffentlich schaffen wir das denn. Wir haben nicht mal eine Steinspitzhacke. Wie sollen wir das Ganze denn hier ausbauen? Ach, Mann. Lumi, schlag da jetzt einfach nochmal drauf, okay? Okay, okay. Oh. Wow. Hast du das, hast du das eingesammelt? Was hast du? Was machst du? Nein, Lumi, du ba... Lumi. Nein, du hörst damit auf. Oh mein Gott, Lumi, guck dir das an, die kämpfen. Nein, der kämpft gegen uns. Jetzt will er dich schlagen. Lumi, schlag ihn. Ich will mich versuchen, boah. Ich hab eine Kartoffel. Du hast eine Kartoffel gehabt. Hab ich eine? Ja, aber die ist ja explodiert. Nein. Wir müssen abhauen. Ey, wir haben immer noch keinen Stein. Wie kann das denn sein? Wir wollen jetzt so lange ab, bis wir Stein bekommen. Okay. Okay, wir ziehen durch. Und wenn wir sterben, dann ist das halt so. Okay, pass auf, komm mal zurück. Nein, 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 wir machen voll. Wir werden erstmal fool. Komm. Ich bin fool. Ich muss, ich muss, ich muss Leben haben. Ich hab noch kein Leben. Warte. Nein, wir machen das zusammen. Okay, 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 okay. Ich warte, ich warte, Brexie. Ich schlag, okay, Mutprobe. Wir schlagen jetzt so lange drauf. Egal, was passiert, okay? Okay, okay, okay. Und wenn wir sterben, dann ist das halt nochmal so. Aber wir dürfen nicht aufhören. Warte, klang auf nochmal, sicher, falls Creeper kommen, Brexie. Mehr an Trick 18, schau mal. Boah, ja. Ja. Mach dieses komische Dingens hier weg. Dann können die Creeper nämlich gar nichts machen, Brexie. Schau mal. Du hast dir absolut recht. Okay. Warte. So, bist du bereit? Ich bin bereit. Ich schlag drauf, okay? Okay. Oh, nee. Stein, Stein. Ist das Stein? Nein, das ist Tuff. Das ist Tuff, Brexie. Warte, wir müssen... Warte mal, lass mal das Wasser wegmachen. Oh, nein. Lumi. Ja? Hilf mir, hier ist ein Mini-Baby-Zombie. Oh, oh. Schlag ihn. Ich hab meine Axe, Brexie. Geh ihn um. Oh. Oh. Explodiert. Ich schlag, ich schlag, ich schlag. Ich hab drauf geschlagen. Wieder kein... Ey, ich hab schon wieder kein... Ich hab aber Eisen. Aber wir brauchen Stein... Oh, was hat mich hier geschlagen? Oh, Lumi. Oh, Lumi. Oh. Oh, Lumi. Du hast einen worden gespawren. Komm rein, komm rein, komm rein, Brexie. Mach zu. Mach auf, schnell, 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 schnell. Lumi, bitte mach zu. Mach zu. Komm rein. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Oh, Lumi. Lumi, wir sind... Ich glaub, das war's mit uns. Wollen wir... Oh, was machst du da? Licht. Okay, mach Licht. Warte mal, mach mal hier. Hallo, ich seh nix. Ich hab Angst. Ich hab hier ne Fackeln. Ich hab Fackeln. Ich hab Fackeln. Alles gut, ich hab Lava gemacht, Brexie. Okay, ich hab noch Fackeln hier. Äh, Brexie, was machen wir jetzt? Da draußen ist ein... Da ist... Oh. Oh. Alles gut. Ich hab Wasser. Hier. Nein. Brexie, ich hab uns getrennt. Nein. Wieso hast du uns getrennt? Mach das auf. Es geht nicht mehr weg, Brexie. Okay, komm, wir treffen uns auf der anderen Seite. Hier. Du hast recht. Hast du noch... Hast du Holz? Ja, ich hab noch was, Brexie. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Hier brennt alles, Lumi. Oh, lösch das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Wo ist der Warden? Der ist unter uns, oder? Ja, aber der... Wir sind sicher. Ne, ich mach hier mal auf. Lass mal reingucken. Oh, wir sind nicht in Sicherheit. Lumi. Wir müssen das... Nein. Ich muss rein. Ich muss rein. Ich bin tot. Nein. Oh, Freunde. Wir haben es leider nicht geschafft. Egal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall jetzt ein Like da. Vergesst nicht, Lumis Kanal abzuchecken. Link ist unten in der Videobeschreibung. Äh, und... Ja. Äh, wie? Oh, Schleimisch schläft. Aber wir müssen eine geheime Base bauen. Schleimisch, steh auf. Schleimisch, steh auf. Oh, ich bin noch nicht zur Schule. Nein, wir sind nicht in der Schule. Wir sind Superhelden. Und wir sind auf einem One-Block. Superhelden? Mhm. Ja. Oha. Ja, komm, steh auf. Los, los, los. Oh, vorsichtig. Wenn du hier runterfällst, ist die Mission vorbei. Oh, hä? Wo sind die Welten? Die Welt gibt es jetzt nicht mehr. Wir müssen eine neue aufbauen. Aber dafür brauchen wir eine geheime Base. Und darauf müssen wir jetzt schlagen. Soll ich zuerst drauf schlagen? Nee, ich. Okay, mach du. Okay. Was hast du bekommen? Holz? Ich hab Holz bekommen. Dann verarbeite das mal und mach mal hier drumherum etwas Cooles. Okay, so. Und da drüben. Und so. Perfekt. Odi, jetzt bist du dran. Okay. Ich hab's nicht bekommen. Ich hab's schon wieder bekommen. Ah, du hast es bekommen. Okay, jetzt bin ich dran. Vorsichtig. Achtung. Wow, ich hab wieder Dreck bekommen. Jetzt ihr. Ich hab fünf Erde bekommen. Was? Ich mach mal hier. So. Und vielleicht noch. Warte. Oh, ich möchte nicht warten. Darf ich nochmal? Ja, schlag drauf, schnell. Oh. Okay, während ihr da drauf schlägt, rede ich ganz kurz mit meinen Zuschauern. Okay. Freunde. Freunde, ich hab vergessen euch zu sagen, dass dieser One-Block ein Superhelden-One-Block ist. Das heißt, dort können auch böse Schurken sein, die uns jederzeit angreifen. Oh. Oh, richtig weit. Ich hab grad einen Lucky-Block bekommen, ne? Ein Lucky-Block? Ja, war da drinnen. Oh. Dann platzier ihn mal. Sicher? Ich hab gehört, die sind auch gefährlich. Warte, warte doch erst, Jungs, noch, oder? Ich weiß wie. Braxy, du öffnest den. Okay. Und ich baue dir extra einen Ort dafür, falls ihr noch mehr von denen bekommt. Okay, wir schlagen dich schon mal weiter ein. Hier öffnest du den. Okay, komm zur Seite. So. Okay. Seid ihr bereit? Bitte, 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 bitte was Gutes. Ich hab Angst. Freunde, wenn ihr wollt, dass ich diesen Lucky-Block aufmache, dann lasst mal jetzt ganz schnell einen Like da. Denn mit euren Likes kriege ich ganz viel Glück. In drei Sekunden. Drei, zwei, eins. Liken. Danke, dass du geliked hast. So, jetzt, jetzt, äh, da hau ich drauf. Seid ihr bereit? Ja. Na klar, los. Wo? Wo? Eisen? Ein Eisenblock. Oh, wir haben ein Schaf bekommen. Wow, was? Oh, guck dir das an. Wir brauchen einen Namen für das Schaf. Oh, die sucht dir einen Namen aus. Peter Maffei. Peter Maffei? Ja. Bei mir, wer ist Peter Maffei? Ich weiß nicht, aber ich hätte den Namen eigentlich, eigentlich sollen die Leute mal reinschreiben, wie wir das nennen. Das ist eine sehr gute Idee. Freunde, ich brauche mal wieder ganz kurz eure Hilfe. Wie soll unser Schaf eigentlich heißen? Schreibt mir mal gerne einen Namen unten in die Kommentare. Und der Name mit den meisten Likes. So wird unser, unser Schaf heißen. Boah, das war eine super Idee, Udi. Wow. Wir haben jetzt schon mal ein richtig cooles Plateau hier gebaut. Äh, aber ich hab noch ein bisschen Erde. Das mach ich hier drüben. Boah, ich hab noch fünf Stück. Ich hab zwei coole Sachen bekommen. Hä? Hä? Was hast du bekommen? Ein Schwein und irgendeine Box. Box? Krei? Krei? Industrie? Das ist aber meins. Was? Äh, das ist meins. Ja, das hab ich gefunden. Was ist das? Ja, okay, platzier das mal schnell. Das ist irgendwas Superheldenhaftes. Und ciao. Wow. Wow. Hä? Hä? Was ist denn das? Ein Sofa. Ist das ein Superheldensofa? Das ist ein... Wow. Oh, fahr mal vorsichtig. Was? Ja, okay. Wow. Oh, oh, Vorsicht. Das ist unser Superheldenauto. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nein. Oh, Mann. Ähm, ich packe das hier, ja. Oh, okay, wir brauchen eine Garage für unser Superheldensofa. Hä? Freunde, schreibt mal bitte alle ein gelbes Herz unten in die Kommentare für unser kleines Schaf, das leider von uns gegangen ist. Dankeschön. So. Dann lass uns mal weiter hier drauf hauen. Ja. Eine Ewigkeit später. So, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal eine Garage für unser Superheldenauto. Voll cool. Und so ein kleines Gerüst für unser Haus. Aber ich glaube, wir müssen noch ein paar coole Laser oder sowas reinbauen. Boah, stimmt. So, jetzt hier drüben. Und ich würde sagen, wir sind gleich fertig. Ich habe Stein bekommen. Stein? Boah, wie cool. Oh, oh. Es wird dunkel. Ich glaube, die Schurken kommen heute. Oh nein. Wir müssen uns beeilen, um unsere Base zu bauen. Beallt euch, Freunde. Schnell, schnell. Nein, das ist dunkles Holz. Boah, wie viel Holz ich bekommen. Was machst du da? Oh nein. Wir müssen uns beeilen. Schnell, schnell, schnell. Ich hau hier drauf. Noch ein Schaft. Schaft geht zur Seite. Und so. Weiter, weiter, weiter. Ich habe einen Lucky One-Block bekommen. Oh mein Gott. Komm, schnell, komm, schnell. Schnell, schnell, schnell. Auf der Plattform. Okay, hier oben drauf, ja? Aber warte, warte. Falls irgendwas Cooles rauskommt, dass es nicht runterfällt. So. Und nun. Du hast recht. Oh nein. Oh nein. Was ist das denn? Soll ich da drauf drücken? Natürlich. Ja, 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 schnell. Ich komme da nicht an. Oh oh. Weg, 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 weg. Was ist denn das? Oh nein. Oh mein Gott, nein. Oh oh. Oh. Das war knapp. Unser Eisen ist weg, Brexit. Egal. Wir haben noch ganz viel Holz. Wir können hier alles wieder reparieren. Okay, wir müssen uns jetzt wirklich beeilen. 3.000 Jahre später. Guckt euch das an, was wir bis jetzt schon gebaut haben, Freunde. Wir haben sogar richtig coole Kameras hier. Die kamen aus diesem wunderschönen Block raus. Ach so. Wir müssen uns auch noch um Essen kümmern. Schleimi. Schleimi. Schleimi, steh auf. Wir müssen weiterbauen. Was war das? Habt ihr das gehört? Ihr werdet niemals gefunden. Hä? Oh mein Gott. Leute, was war das denn? Das ist der Böse. Schurke. Okay, okay. Wir müssen noch einen Zaum um unsere Base bauen. Kommt schnell. Wir brauchen auch Wasser und eine Plantage, Mann. Hä? Was ist denn das? Was ist das? Das ist eine Bärenfalle. Oh mein Gott. Wo sollen wir die platzieren? Was für eine Idee? Hier. Doch nicht da, wo wir selber hinlaufen. Hier. Äh. Vielleicht. Einfach hier. Aber da können wir doch auch drüber. Oh, Brexit. Oh, Brexit. Nein. So. Und jetzt machen wir einfach einen Zaun drumherum. Das ist doch eine gute Idee. Wenn du das sagst. Ach so. Ich muss den Zuschauern noch unbedingt zeigen, wie wir hier reinkommen. Und zwar haben wir das Passwort 1, 2, 3, 4. Und dann können wir hier rein. Und das ist unsere kleine Bude. Und wir hier verstecken wir uns. Ihr habt ja schon draußen gesehen, wir haben richtig coole Kameras. Aber wenn du bis hierhin geschaut hast, dann schreib mir mal in die Kommentare, was noch mal das Passwort von dieser Tür hier war. Ich will mal gucken, wer von euch achtsam war. Oh, weiter, weiter. Kommt, ich brauche jetzt eure Hilfe. Schnell, schnell, schnell. Let's go. Oh Mann. Wir haben so viele coole Sachen bekommen. Und jetzt kriegen wir wieder nur Erde. Oh. Hä? Oh. Oh. Da ist... Ja, ich habe Zaun bekommen. Oh. Ja, mega cool. So. Hier ist die Bärenfalle. So. Und dann baue ich jetzt hier drumherum einen richtig coolen Zaun. So. Ja, der sieht richtig, richtig cool aus, Braxie. Das ist ein Superheldenzaun. So. Was? Ja, ja. Warte. So, hier drüben. So. Bis zur Tür. Äh. Oh, jetzt habe ich zugemacht. Ups, Entschuldigung. So. Oh, darf ich hier einziehen auch so? Ja, klar. Wir wohnen doch jetzt hier. Richtig gut. Wir müssen doch aber erst mal den Bösen besiegen, Jungs. Du hast recht. Oh Mann. Da muss ich jetzt hier weiter drauf schlagen. Oh, komm schon bitte was Cooles. Und noch mehr Holz. Was ist denn das? Stöcker. Erde. Hm. Oh. Ey, Leute. Was denn? Ich habe zwei Lucky Blöcker bekommen. Oh. Schon wieder? Was? Jetzt dürft ihr die mal öffnen. Wartet mal. Oh, cool. Brauche ich ein Plateau. Ganz weit weg von unserer Base. Es passiert uns wieder was. So. Kommt her. Und wartet kurz. Noch nicht. So. So. Ja, sehr gut. Hier drüben. So. Und da. Perfekt. Komm, Schleimi. Ich mache es hier auf. Nein. Nein. Mach es da drüben. Hohin kam TNT. Nein, ja, dann nicht. Wenn wir jetzt sterben, dann ist unsere Base kaputt. Das wollen wir doch nicht. Hau drauf. Seid ihr ready? Ja, los geht's. Oh, oh, oh. Oh. Hä? Wartet, Leute. Ich habe das schon mal gesehen. Okay, Brexit. Das ist ein Wünschebrunnen. Und ich habe eine goldene Münze. Und ich schmeiße sie rein. Geht so Odi, falls irgendwas Blödes dabei rauskommt. Okay? Okay. Komm, komm, komm. Ich habe mir coole Waffen gewünscht. Wir sind Superhelden. Okay. Und? Oh. Ähm. Das sind deine coolen Waffen, Brexit. Was ist denn Karton? Koffel. Mann, der funktioniert gar nicht. Aber jetzt haben wir Essen. Das ist doch sehr gut. Was denn? Und ein. Guck mal, ein Beacon. Was? Oh, ein Beacon. Stimmt. Das ist unser Superheldenstrahl ab heute. Ja. Ich habe aber noch einen. Noch. Oh, stimmt. Du hast ja auch noch einen. Au. Au. Was ist passiert? Ich bin in die Bärenfalle. Nein. Das ist so doof. Mein Bein tut weh. Ich setze mich ein bisschen hin. Okay. Okay. Du setzt dich hin und du öffnest. Hier. Noch eine Bärenfalle. Das ziehen wir hier hinten erstmal. So. Wer hat denn noch einen Lucky Block? Du, oder? Ja. Dann los. Du. Eine Chance, uns zu beweisen, was du drauf hast. Seid ihr bereit? Freunde, drückt uns jetzt die Daumen, dass jetzt endlich mal was Cooles kommt. Und falls du bis hierhin geschaut hast und diesen krassen Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn du jetzt den Kanal abonnierst und auf die kleine Glocke rechts drückst. Das wäre super, denn dann verpasst du nie wieder ein Video von uns. So. Los. Oh, schlag drauf. Schlag drauf. Hä? Was hast du da bekommen? Ich hab Dropper bekommen. Du hast Werfer bekommen? Boah, das ist doch mega cool. Wartet mal, ich hab eine Idee. Was ist daran cool, Brexi? Wir können Pfeile reinmachen und wenn jemand dann auf die Druckplatten hier drauf tritt, dann fliegen die von oben nach unten. Was? Das funktioniert wirklich. Ich zeig euch das mal. Jemand von euch hatte doch gerade noch Pfeile, oder? Ich glaube, Schleim hier hatte noch welche. Ich glaube, ich. Schleim hier, gib mir mal ein paar Pfeile, bitte. Boah, wir brauchen Druckplatten. Äh, ich muss nochmal rein. Eins, zwei, drei, vier. So. Hier haben wir ganz viel Holz. Wo ist unsere Werkbank gewesen? Hier draußen, Brexi. So. Brauche ich Druckplatten? Die Pfeile liegen hinter dir. Okay, du bist der Beste. So, ich zeig euch das Ganze mal. So. Wo sind die Pfeile? Da drüben. Boah, du bist der Beste. Das würde sogar reichen. Also, wir packen die Pfeile mal hier rein. So. Und dann eine Druckplatte. Jetzt tritt mal drauf, einer von euch. Er muss da schon weggehen. Geh da weg, jetzt. Oh, tut mir leid. Und? Wow. Brexi, ich dachte, du wärst ein Experte. Brexi, was ist denn das? Mann, ich dachte, da fliegen die jetzt so hoch und dann wieder runter. Aber das waren ja die Werfer. Das ist heute eine Lahme-Base jetzt wegen dir. Nein, nein, ist ja nicht schlimm. So. Das muss ja keiner wissen. Oh, wir haben die Pfeile. Ich schlag jetzt hier drauf. Ey, Mann, wir brauchen... Oh, eine Truhe. Wow. Boah, eine Kiste. Ey, ich will zu... Ey. Odi, gib mir die Kiste wieder. Ich will die behalten. Die kann ich jetzt mir. Ich will noch gucken, was da drin ist. Bitte. Nee, das ist meine Kiste. Geht weg. Odi. Tschüss, ich geh zu meinem Schwein. Odi, lass die Kiste jetzt fallen. Geh hier weg. Odi. Ja, okay, ich lass dich fallen hier. Ich guck jetzt in die Kiste rein, Odi. Okay. Hä? Wow. Raketen. Hier haben wir Pistolen. Oh. Oh, hier sind sogar Geschütztürme und ganz viele Lucky Block... Blö... Blö... Blöcker? Hä? Und was ist das hier oben rechts? Das ist ein Like. Und wenn ich jetzt da drauf drücke, müsst ihr auch auf das Like drauf drücken. Drei. Zwei. Eins. Dankeschön. Oh, jetzt nehme ich die ganzen Lucky Blocker hier mit und zeige das meinen Freunden. Schleimmi, guck mal, ich habe eine Pistole. Wow, ich möchte auch eine. Ich habe ganz viele. Was ist das denn für eine Pistole? Warte mal. Wow. Alter, die funktionieren. Damit können wir uns wehren. Äh... Gib mir auch eine. Hier. Odi, du kriegst auch eine Waffe von mir. Wow, cool. Wow, es wird schon wieder dunkel. Ich glaube, der Böse kommt jetzt. Aber... Aber diese Dinger hier funktionieren auch. Du hast doch Raketen, oder? Ich habe Raketen, ja. Dann platzier die mal hier hin. Guck mal, was passiert. Mach mal. Wow. Was? Alter. Wie cool ist das denn, Junge? Das ist mega. Das heißt, unsere Base ist super sicher. Und jetzt schieße ich einmal mit meiner Waffe. Boah, die Waffen sind mega cool. Das heißt, wir können uns verteidigen. Unser Haus ist super, super fest. Äh, was brauchen wir noch? Ach so. Ich habe hier noch die ganzen Lucky Blocks bekommen. Hm. Jeder von uns darf einen aufmachen. Okay. Cool. Ich fange diesmal an. Oh, hier drüben. Kann ich draufschießen? Wartet mal. Äh, ich glaube, meine Munition ist leer. Egal, ich schlage einfach drauf. Und... Oh, Bücher. Bücher. Das ist ja langweilig. Kinder mag Bücher. Ich will, ich will, ich will. Hm. Nein, nicht draufschießen. Draufschlagen. Du musst da draufschlagen. Mann, okay, ich schlage da drauf. Aber doch nicht so nah. Bist du lebensmüde? Geh doch zurück. Ja, okay, aber... Bist du bereit? Los. Oh. Oh, Essen. Oh, lecker. Das ist... Das ist Kaninchenfleisch. Ich bin... Ich mache ihn nun auf, ja? Los. Oh, die... Ey, ich habe es heute mit den Brunnen. Schon wieder? Mach schnell, mach schnell. Wünsch dir was. Beeil dich. Ich wünsche dir... Nein, nein, nein. Oh, no. Nein. Freunde, wir sind gestorben. Oh, die Mission ist vorbei. Wir haben... Oh, Mann. Das war kein Lucky Block. Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mal jetzt auf jeden Fall ein Like da. Abonnier den Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Und check meine Freunde aus. Die machen auch super coole Videos. Äh, bis zum nächsten Mal. Oh, hier ist ein Zombie. Nein. Die ist... Ist das ein Mädchen? Ist sie neu in der Stadt, Braxy? Ich glaube, die zieht hier gerade ein. Äh... Geh du sie zuerst ansprechen. Hey, Braxy. Ich liebe dich. Oh. Äh, ist das von... Ist das von Zoe? Oh. Oh. Die hat mich fast gesehen. Ist das... Oh. Oh. Ist das Odi gewesen? Wartet mal. Da war Odi. Hier ist Odi. Nein. Meine Freunde sind gefesselt. Ich muss die irgendwie da rausholen. Äh. Oh, ich muss irgendwie Zoe ablenken. Ich weiß gerade nicht wie. Äh. Oh, lolo. Zoe, mein Schatz. Bist du da? Zoe? Braxy? Hi. Was machst du hier? Äh. Ich hab dich verfolgt, weil ich... Weil ich dich süß finde. Du hast mir doch dein Buch gegeben. Änderst du dich noch? Du findest mich süß? Ja. Hey, Grinch-Bexels! Du bist mein Lieblings-Supfer. Bitte. Hey, ich kann es gerade nicht glauben. Warte. Hey, ich hab dich mit ihm erwärmed. Hi, wir Síx. Ich bin sehr wafer. Ich bin sehr, äh, äh. Wir sind아� energy-Supfer.